Das fühlte sich irgendwie komisch an, fremd und ungewohnt, aber irgendwie auch aufregend und spannend. Wann war sie das letzte Mal zum Frühstück verabredet? War sie überhaupt schon einmal zum Frühstück verabredet? Sascha überlegte, konnte sich aber nicht erinnern. Heute wollte Robert sie treffen, der Mann, der sie Dienstagabend nach Hause begleitet und von dem sie vorletzte Nacht geträumt hatte. Mit dem wollte sie nun den Tag im Scheschal beginnen. Noch vor ihrer Arbeit ein Date. Auch das hatte es bei Sascha noch nie gegeben. Aber für irgendwas musste so eine Spätschicht ja auch gut sein. Sie freute sich auf das Wiedersehen mit Robert und malte sich aus, wie er sie bereits erwartete und in die Arme schließen würde, wenn sie im Café erschien. Also wäre es wohl gut, wenn sie ein paar Minuten zu spät kommen würde. Aber ein paar Minuten später als wann? Für welche Uhrzeit hatten sie sich eigentlich verabredet? Oder hatten sie gar keine feste Zeit ausgemacht? Sascha wusste es nicht. Ganz nüchtern war sie Dienstagnacht ja auch nicht mehr gewesen. Dieses Mexikanerzeug und der Whisky hatten es in sich gehabt. Da kann man so eine ausgemachte Uhrzeit schon mal vergessen, dachte sie, wenn es die überhaupt gab. Sascha beschloss, um kurz nach zehn im Scheschal aufzuschlagen. Das erschien ihr eine großstädtische Zeit für eine Verabredung zum Frühstück. Zu Hause im Sauerland wäre das viel zu spät, in ihren Familien undenkbar. Der frühe Vogel fängt den Wurm. Nach solchen Kalenderweisheiten lebte man dort. Frühes Aufstehen galt er noch als Tugend. Lange im Bett lagen nur Tagelöhner und Nichtsnutze. Das hatten ihre Eltern ihr schon in Kindertagen eingebläut. Dabei hatte Sascha es so gehasst. Wie gerne blieb sie einfach mal lange in ihrem Bett liegen und begann den Tag in aller Gemütlichkeit. Doch ohne blöde Sprüche war das in ihrem Elternhaus nie möglich gewesen. Jetzt war es anders. Robert gehörte bestimmt nicht zu den Typen, die meinten, ein gelungener Tag muss unbedingt mit einem Wecker klingeln vor dem Sonnenaufgang beginnen. Nein, zehn Uhr war bestimmt okay.